How to make clever war so freundlich, mir ein Intro zu machen und ihr könnt euch das Ganze hier mal anschauen und dann mal einfach in die Kommentare schreiben oder hier oben abstimmen, welches ihr besser findet beziehungsweise ob ihr Berglanz besser findet oder das, was ihr gemacht habt. Ich werde das Ganze jetzt nicht kommentieren, ich werde einfach mal eure Meinung einholen und dann in dem Vlog, wenn ich eure Meinung gesehen habe, das wird wahrscheinlich in zwei Vlogs oder drei Vlogs sein, dann auch mal meine Meinung dazu abgehen. Das Intro, was auf jeden Fall besser ist, ist das von Fast and Furious und ich gucke jetzt den fünften Teil, nachdem ich die anderen Teile jetzt so nach und nach geguckt habe mit meiner Mutter. Habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Wenn nicht, dann guckt die letzten Vlogs. Übrigens, was ihr auch nicht mitbekommen habt, ist, dass ich eben wieder den letzten Vlog geschnitten habe, während ich jetzt diese Zeit hatte, in der es dunkel geworden ist, weswegen ich so schlecht beleuchtet bin. Jaha. Und ja, das war glücklich, wie ich weiß. Ihr kennt wahrscheinlich alle meinen 10 Euro Passive Card Giveaway und jetzt losen wir da für die Gewinner aus. Das Ganze läuft ja über Gleam, das heißt, ich muss nur hier drücken. Ein Gewinner. Robin K. Entglied 20. Und er wünscht sich mehr von seinen Beats im Video. Wirst du kriegen, Bro. Auf jeden Fall mehr von deinen Beats. Mach mehr Beats, gibt's mehr Beats. Also Robin K., du hast gewonnen. Ich schreibe dich hier an, du kriegst den Code. Kannst dir mal unter das Video hier kommentieren, wenn du den Code erhalten hast. Einfach damit die ganzen Naps hier wissen, dass es nicht gefakt ist. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der 10 APS. Übrigens, was ich eben auch noch gemacht habe, ist Fasten Fülles 5 zu gucken. Film war auf jeden Fall geil. Kann ich euch empfehlen. Ich mag die Serie an sich. Musik ist geil. Die Story ist auch immer gut. Wenn ihr keine Autofilmen mögt oder sowas, ja gut. Kann ich verstehen, dass ihr nicht gucken wollt. Dann müsst ihr es auch nicht. Ich kann euch ja nicht zwingen. Morgen geht's dann für das Core-Konzert bei uns in der Schule. Die Technik aufbauen. Dann bin ich mal gespannt, was ich daraus mache, videomäßig. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Ich werde morgen auf jeden Fall mal den Spaß haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Von daher, haut rein. Bis zum nächsten Mal.